Hallo lieber Fisch, mal gucken was der Kaffeesatz dir diese dritte Februarwoche bietet. Ja, keine Frage lieber Fisch, Beziehungen sind manchmal schwierig. Ja, vielleicht erlebst du möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, selbst zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und geh ruhig auf die anderen oder auf deinen Partner zu. Ja. Lächel ruhig, ja, wenn du lächelst, lächelt man auch zurück. Du solltest diese Woche auch gut gelaunt sein. Wenn du aus dem gewohnten Alltag ausbrechen musst, musst du halt ungewohnte Sachen tun, lieber Fisch. Ja, sorge ruhig für Abwechslung. Ja, du darfst dich auch gut und stark und selbstbewusst fühlen, ja. Sei großzügig zu dir, ja. Ja, du hast auch diese Charaktereigenschaften, lieber Fisch. Ja. Sehe lieber die Welt in unter einem positiven Licht. Animiere ruhig deine Mitmännchen, an deiner Freude, an der Lebensfreude teilzunehmen. Ja, du bist was ganz Besonderes, lieber Fisch. Ja. Das war's dann auch für diese dritte Februar Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.